Und 2008 hat Präsident Bush, das war sein letztes Amtsjahr, übrigens 2008, er kam ja 2001 ins Amt, 2008 ist er raus, hat er eben noch in Bukarest, der Hauptstadt von Rumänien, hat er dann die Ukraine eingeladen. Das war eine riesen Provokation. Angela Merkel hat gerade kürzlich gesagt, sie war damals Kanzlerin, sie fand das falsch, dass Bush das gemacht hat, aber den Amerikanern war es egal, weil, und das ist mein Haupteindruck, die NATO ist für die Amerikaner das Instrument, um ihren Einfluss in Europa abzusichern. Und weißt du, wenn sie die Ukraine noch reinziehen können, ich glaube, um das geht es in diesem ganzen Konflikt, dann können sie ihre Raketen näher an die russische Grenze stellen.